Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge, ja da wird gelackt, zu Voidtrain und ja wir befinden uns auf der Reise mit unserer neuen Steam Engine, Steam Engine, oh mein Gott holy shit, ja aber ich wie gesagt, ich bin immer noch nicht so ganz affin damit, ob wir das wirklich, ja ob wir das so lassen, ich äh keine Ahnung. Okay, erstens nimmt es viel zu viel Platz ein, aktuell, zweitens haben wir noch keine Möglichkeit auszubauen, gerade mal gucken, okay Essen, Trinken geht, ich würde weiterfahren, ähm, drittens, ähm, ja mir fehlt der Platz, wir haben so viele Sachen, die wir jetzt wieder abgerissen, oh nein, ich wollte gar nicht mitnehmen, nein, nicht wieder Wund, äh, 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 ja, ich meine sieht schön aus und ich hab nochmal nachgeschaut, oh warte mal, mir fehlt Rüstung, ich sollte vielleicht ein bisschen Rüstung einpacken und ich sollte vielleicht Rüstung bauen, demnächst, äh, Use, ne, genau, ähm, ich hab nochmal nachgeschaut in dem Video, wo wir die Wände bekommen haben, tatsächlich gab es so ein Stück Wand hier, mit so einem kleinen Vordach, was aber nur tatsächlich so bis ungefähr hier so geht, also bisschen, bisschen bis hier so, aber das hab ich nicht gefunden, keine Ahnung wo das ist, so ich würde tatsächlich einfach mal weiterfahren, nein, ich hab da Burner, nein, äh, nein, 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 slow, so, slow, 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 und wir sammeln mit slow, sammeln wir jetzt ein bisschen Essen, Trinken wieder ein, weil ich ein bisschen was auf Vorrat haben möchte, komm ich da hin, jo, am letzten Mal haben wir ja wieder gekämpft fleißig, jo, es dampft, Scrap Metal nehme ich auch mal ein bisschen mit, weil ich würde gleich ein paar, äh, Dings wieder bauen, ein paar Rüstung und so, das wäre glaube ich ganz gut, wir haben echt viel Ressourcen, ne, wir müssen zusehen, dass wir irgendwie, äh, obwohl, warte mal, mir fällt gerade was ein, Warte mal, wo ist die Handbremse, hier, quietsch, und zwar, haben wir nicht Scrap Metal leer, okay, ne, never mind, vergiss einfach, was ich gesagt habe, wir haben Scrap Metal voll, und die sammeln ja immer mehr ein, ne, das ist ja das Tolle, so, pass auf, dann, äh, machen wir das so, dass ich wieder auf Slow fahre, erst mal, und wir wieder weiter sammeln, weil wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, nur Essen und Trinken wäre jetzt, glaube ich, von Vorteil, wenn wir das mitbekommen, das würde ich gerne mitnehmen, irgendwie sieht das schon mega aus, finde ich, das hat schon irgendwie was, wenn das noch weiter ausgebaut wird, das bestimmt richtig cool, so, ne, dann würde ich ein bisschen Rüstung bauen, wir haben ja auch, äh, Lebensenergie, also, Verbände, würde ich vielleicht auch, den ist zusehen, wenn wir nochmal so eine Möglichkeit haben, in so eine Runde zu gehen, also, wo wir so gegen Monster kämpfen, Runden basiert, würde ich vielleicht versuchen, tatsächlich, ähm, zusehen, dass wir da ein bisschen mehr mitnehmen, wisst ihr? Ja, dass wir, ähm, dass wir da vielleicht, äh, mehrere Runden überleben können, Munition würde ich dann auch bauen, ich meine, wir haben dafür eigentlich alles, was wir brauchen, dann würde ich das nämlich alles herstellen wollen, so, in der Regel würde ich jetzt einfach mal, wie gesagt, ein bisschen Essen und so sammeln und trinken, damit wir da wieder ein bisschen herstellen können, ah, das Holz ist ein bisschen ärgerlich, ne, naja, so, schauen wir doch mal, was haben wir denn hier drüben so, nichts, da ist auch nichts Interessantes, da ist ein bisschen Scrap Metal, nehme ich wieder mit, dürfte, glaube ich, gleich erstmal reichen, weil sonst müllt uns das wieder das Inventar voll, und wir können Scrap Metal hier so ablegen, da ist auch nochmal Eis, da ist nochmal Nahrung, bin gespannt, was kommt, oh, da kommen wieder Minen, oder, oh ja, oh, 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 halt, stopp, halt, stopp, oh, 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 mein Gott, da kommen Minen, holy shit, die hasse ich ja, ne, seit der letzten Folge, Ich mach das mal im Voraus. Dann ist auch noch eine, glaube ich. Da kommen ganz viele. Ja, ein bisschen höher vielleicht. Ja. Sehr nice. Da ist geradeaus eine, glaube ich. Ich hätte nicht gedacht, dass man die so im Voraus so wegballern kann, aber es geht anscheinend. Sonst noch irgendwo eine? Aktuell sehe ich, glaube ich, keine mehr. Wir fahren mal langsam weiter und dann muss ich vorne ein bisschen darauf achten. Oh, da sehe ich noch Essen oder Trinken. Moment. Es ist Essen. Okay. Wir schauen mal, was wir herstellen können und was wir brauchen noch. Warte mal. Ich gucke mal eben. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch vier Stück herstellen. Können wir vier Stück herstellen? Ja, können wir. Sehr nice. So, den Rest würde ich tatsächlich hier reinpacken. Haben wir nicht mehr, aber wir können sammeln. Trinken haben wir voll. Tee würde ich auch drin lassen. So. Dann machen wir nämlich hier voll einmal. Das füllt sich so langsam. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob die auch eine Möglichkeit haben, dass sie andere Ressourcen sammeln. Das wäre mal interessant zu wissen, ob es da irgendwie später andere gibt, die was anderes sammeln. Okay, das ist ja jetzt gleich fertig. Dann würde ich mal eben hier die Dings ausrüsten. Nein. Mit der 3 geht es weiter. So. Dann haben wir hier auch wieder alles voll. Sehr schön. Trinken auch soweit. Wir sind eigentlich gut ausgerüstet. Ich würde mal nachladen und... Let's go. Nein, nicht Medium. Slow. Interessiert ihn gar nicht. So, slow. Slow motion. So, mit der 3 muss ich jetzt ein bisschen gucken. Äh, ein bisschen... Oh, oh ja. Einen großen nehme ich mit. Einen großen Klumpen. Ich muss auf Minen achten, ne? Jetzt ist Sammeln erstmal nebensächlich. Wichtig sind jetzt die Minen. Und ich muss auch ein bisschen auf Fireflies achten, ne? Dass wir auch mal irgendwo so rechts oder links hinkommen. Wenn wir welche sehen, natürlich. Wir haben auch gar kein Questziel, sehe ich gerade, ne? Normalerweise steht oben ja immer, was wir machen müssen. Aber aktuell sehe ich keins. Komm ich da dran? Ja. Nice. So, da kommt wieder ne Mine. Ich will hier rauf. Danke. Boah, wie mies das einfach ist. Minen und, äh, Monster und vielleicht Soldaten. Alter, das war ja richtig assi. Na? Oh, lecker Schnitzel. Aber ich muss auf Minen achten. Uah. Sonst sehe ich aber auch keine, ne? Oder? Bis auf da hinten. Let's try some Mine. Jetzt sammle ich schon wieder Essen. Ich wollte gar nicht, ich wollte gar nicht Essen sammeln. Dann esse ich das mal. So, Schnitzel können wir auch auf, äh, auf, äh, Dings hauen. Und auf den Grill hauen, demnächst. Trinken können wir aber ein bisschen sammeln. Nein. Uah, was mach ich denn? So. Das läuft. Ich hoffe, die Minenfelder nehmen wir so langsam ab. Okay, da ist trinken. Trinken, trinken, trinken. Habe ich noch irgendwo ne Mine vergessen? Vorsichtshalber gucken. Hm, sieht nicht so aus. Sieht so aus, das hätten wir alle durch, oder? Ich glaube, das war's an Minenfeld. Oh, wir haben schon wieder Leder, ne? Hm. Mein gut, mit Leder können wir... Mit Leder können wir Dings sammeln. Äh, können wir Bandagen und so bauen. Ich glaube, das war's an Minen, ne? Ich bin, ich bin ganz ehrlich... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schöner, so zu fahren. Ich sehe keinen, keinen Anreiz jetzt irgendwie, mich also zu beschleunigen. Vielleicht, wenn wir mit mehreren Mann unterwegs sind, macht das vielleicht Sinn. Aber so alleine, ich mag das hier so ein bisschen so zu gucken. Und ich habe halt auch Angst, ein bisschen was zu verpassen. Weil lieber, wenn du schnell fährst, fährst du ratzfatz auch mal in so ein Minenfeld rein. Und dann hast du den Salat. Weil so schnell kann der Zug dann auch nicht stoppen. Wir wissen selber, wie das ist, wenn ein Zug rollt. So schnell hältst du den nicht an. So, da kommt zu trinken. Ich glaube, das mit den Minenfeldern war's erstmal. So, ich hole mal zu trinken. Da unten auch nochmal. Ein bisschen aufhüllen. Oh, da auch. Pua. Wisst ihr was? Wir halten mal kurz an. So, Freunde. Die Bremse ist ein bisschen schwierig zu ergattern. Man muss hier irgendwie um die Ecke gehen und so. Ich glaube, wenn das in der Mitte steht, dann geht das, glaube ich, ein bisschen besser. Ähm, ich würde mal eben das Schnitzel brutzeln. So, dann würde ich mal eben die Getränke hier rein, oder das Wasser hier reinpacken. Guck mal, da haben wir schon fünf von drei. Fehlt nicht mehr viel. Leder. Ich würde mal gucken, was brauchen wir denn? Ähm. Nein, Leder. Hier war, glaube ich, Verbände, ne? Leder und einmal den Sterilisierer. Jetzt muss ich überlegen. Den Sterilisierer war, glaube ich, am Lab, ne? Genau. Die grüne Flasche und einmal Essen. Ach ja, stimmt. Dafür brauchen wir ja Essen, ne? Können wir das auch mal sammeln. Ähm. Weil ich würde... Wie viel haben wir denn an Verbände? Drei. Oh, wir haben noch eine Münze. Das heißt, ich würde ein paar Verbände bauen. Weil wir ja sowieso gerade so viel haben, auch an Chemikalien. Stelle ich jetzt erstmal ein paar von den grünen Fläschchen her. Da wir ja auch so viel Holz haben. Können wir das mal eben machen. Dürfte ja jetzt zu Ende sein. So. Und... Leder haben wir ja auch genug. Müssen wir den Sterilisierer noch bauen. Hierfür brauchen wir ein Leder. Das heißt, ich würde mal so... Fünf Stück vielleicht bauen. Fünfmal Leder. Vier. Ja. Das sieht sehr gut aus. Ähm. So, das ist gleich fertig. Da müssen wir den Sterilisierer bauen. Dazu brauchen wir... Was brauchen wir denn für Sterilisierer noch? So, das ist gleich fertig. Blub, 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 blub. Das Fläschchen. Sehr schön. So. Ähm. Ach ja, Essen. Stimmt, da war ja was. Essen. Also, Nahrungsklöpse. War das hier? Ja. Aber nicht so viele von. Müssen wir echt nochmal ein bisschen sammeln. Ich hätte nicht gedacht, hier war auch noch was. Hatte ich nämlich noch im Kopf. Ich hatte echt gedacht, dass wir das eigentlich schon voll haben. Aber, oh. Ach ja, wir müssen das Eis noch crushen. Fällt mir gerade ein, ne? Was können wir auch noch machen? Voll am pennen. Die Jungs sind nur am Schlafen hier. Meine Kameraden. So, warten wir mal eben die drei Sekunden ab da. Ding. Dann... Stell ich mal eben... die Realisierer her. Fünf Stück an der Zahl. Sehr schön. Machen wir das mal. Ähm. Dann... Oh, hier liegt der Schnitzel noch. Das können wir mal eben essen. Dann haben wir wieder soweit... soweit wieder ein bisschen gefüllt. Äh. Wasser. Hier. Und zweimal trinken. So. Gut. Die drei brauchen wir anscheinend nicht mehr. Aber die fünf Leder werden wir gleich brauchen. Der ist noch fleißig dabei. Äh. Oh. Hier fehlt Holz. Das sehe ich doch. Davon haben wir ja mehr als genug. Und so leert sie auch unser Inventar. Dass es schon mal sehr schön ist. Das Wasser hierfür... ...ist noch fast voll. Heißt, ich würde den Wasserbidon... ...erst mal wegpacken. Weil der stört mich gerade ein bisschen im Inventar. Die machen wir gerade nicht. Weil wir eh auf... ...auf minimaler Stufe fahren. Deswegen würde ich sagen, machen wir... ...machen wir es jetzt mal so. So ist das fertig? Ja, sehr schön. Die Musik ist auch gerade sehr beruhigend. So. Ähm. Dann machen wir mal fünf Stück. Let's go. Sehr schön. Fünf mal Heilung. Dann brauchen wir Barren. Ich brauche Barren nämlich für unsere Rüstung. Oh, sechsmal Scrap Metal. Danke. Das kann ich gut gebrauchen. Nein. Wut. Wieso wieder Wut? Aber Wut brauchen wir für den Ofen. Was hat er hier vorne? Bitte kein Wut. Egal. Aber wir haben wieder Scrap Metal bekommen. Sehr schön. Und das nicht zu wenig. Also sammeln die die ganze Zeit. Das ist ja krass. So. Also. Ähm. Ach so. Apropos. Muss ich euch noch erzählen. Ich hab... Ähm. Warte mal. Ich setz mal eben das Holz jetzt gleich ein, wenn es leer ist. Dann erzähle ich euch mal eben was. Und zwar. Ihr wisst ja. Ich bin das ja hier auch ein bisschen hobbymäßiger machen. Uah. Hobbymäßiger machen. Und äh. Nicht nur. Nicht nur das Video schneiden und so. Brauche ja alles Zeit. Und das aufnehmen generell. Sondern auch. Äh. Die Thumbnails. Die Thumbnails erstelle ich ja auch immer selber und alles. Und gibt mir da auch immer sehr sehr viel Mühe. Und letztes Mal hab ich auch. Äh. Für. Ja. Ich glaube wenn das Video rauskommt. Ist es glaube ich schon raus. Der Trader Simulator 2. Da hab ich mir richtig Mühe gegeben. Das hat glaube ich. Also für ein Thumbnail hab ich mal so um die zwei Stunden gebraucht. Und äh. Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ist das ähm. Ich da so ein bisschen auch bei wegen. Wegen Thumbnails dann immer auch so ein bisschen Bilder suche. Was man so gut nutzen kann. Was man natürlich auch nutzen darf. Gegebenenfalls. Und ähm. Da hab ich dann nach Thumbnails gesucht für Void Train. Oder beziehungsweise nach Bilder. Und hab da gesehen. Ich finde eine schöne Idee. Wie man später auch bei den Waggons. Das so ein bisschen ähm. Ja. Platzieren kann. Da haben die zum Beispiel äh. Zwei Werkbänke so hintereinander. Also immer so quasi hier. Hier im Platz. Wo du so reingehen kannst. Dann hast du hier eine Werkbank stehen. Dann auf der anderen Seite eine Werkbank. Dann kannst du hier zwischen wieder durchgehen. Und auf der anderen Seite auch nochmal so zwei Wege. Weil die Waggons werden später auch größer. Also die werden nachher ein oder zwei Flächen von diesen Dingern werden die noch breiter. Das heißt wir kriegen noch Platz. Da hab ich mich ein bisschen gespoilert. Es tut mir leid. Ich weiß. Ja aber ähm. Entschuldigung. Ich hoffe ihr nehmt mir das nicht übel. So. Hold mit Kuh. Auf 25% Hilf bringen die nur. Okay. Äh. Wir hatten glaube ich noch Barren. Kann das sein? Oh wir haben noch Scrap Metal hier. Da haben wir auch noch Scrap Metal. Da haben wir noch Barren. Voll. So. Äh. Weiß nicht ob ich noch mehr erstelle vielleicht. Wenn wir schon einmal dabei sind. Weil wir haben ja so viel Scrap Metal gerade on mass. Da ist nix drin. Da ist auch nix. Da ist Kohle drin. Okay. Kohle können wir auch gut brauchen. Vielleicht für später. Ähm. Schnauze Google. So. Ich mach nochmal fünf. Weil wir es können. Und dann würde ich sagen. Fünf dürften reichen oder? Erstmal. Wenn wir fünf auf Tesch haben. Falls das kommen sollte. Ich hoffe es kommt. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe es kommt nochmal so. Wo wir eine Kiste und so ergattern können. Aber die Frage ist. Wir können nur eine Kiste tragen. Wie nehmen wir denn mehrere mit dann? Oder können wir immer wieder zurück? Das ist so die Frage aller Fragen. Ähm. Was kostet es denn nochmal Munition? Weil das würde ich auch herstellen. Oh da ist nochmal Essen. Hallo. Da ist auch noch Essen. Aber da komme ich glaube ich nicht dran mehr. Oder? Äh. Doch. Würde ich das auch mal wieder ein bisschen auffüllen. Wir haben ein bisschen was verbraucht. So. Huppa. Okay. Nein. Barren mitnehmen. Und hier. Was kostet es denn Munition? Barren und Gunpowder glaube ich ist es. Äh. Was war das jetzt? Ich habe es jetzt vergessen. Ich habe es gerade angeguckt. Ich habe es vergessen. Barren haben wir genug. Okay. Das heißt ich würde die Rüstung in der Tasche behalten. Und die. Ich brutzel nochmal ein paar Barren. Weil wir es einfach können. Einfach weil wir davon viel zu viel haben. So. Ich gucke mal eben was uns Gunpowder kostet. Ach. Grüne Flasche. Okay. Warte mal. Wir haben ja genug Chemikalien. Wir haben ja unten auch noch eine Kiste voll. Oh. So. So. Machen wir mal fünf. Da sind wir mal ein bisschen am Herstellen. Ich fahre mal weiter so lange. Auf gut Glück, was da kommen mag. Oh nein. Der Zug fährt viel zu schnell. Uah. Nein. Der fährt viel zu schnell. Das geht mir so auf die Eier. Ich muss ganz ehrlich sagen. Entschuldigung, dass ich das sagen muss. Aber es geht mir so auf die Eier, dass wenn man die Bremse zieht, er direkt in diesen Medium-Modus geht. Ich muss zusehen, dass ich, äh, wenn ich fahre, das selber, uah, das selber einrichte quasi. Also, dass ich selber ihm sage, wie viel Speed er drauf haben soll. So. So.